Hey meine Lieben, heute möchte ich euch meine November-Favoriten zeigen, denn November war wieder so ein Monat. Ich habe wieder ein paar coole Dinge, die ich mit euch teilen möchte. Ich hatte ja auch im Oktober Geburtstag. Da ist auch eine Sache dabei, die ich euch gerne zeigen möchte und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Als erstes möchte ich euch eine ganz besondere Foundation zeigen und zwar ist es die Dior Skin Air Flash Spray Foundation. Die habe ich mir im Dezember in Paris gekauft, weil es die in Deutschland nicht mehr gibt. Ich hatte auch mal eine Review dazu gebracht, die kann ich euch gerne in die Infobox verlinken. Das ist halt eine Foundation, die sprüht man sich auf. Ich kenne sie ja, ich habe sie ja, aber ich habe sie die ganzen Monate nicht mehr benutzt, weil ich nicht wollte, dass sie alle geht, weil ich sie so sehr liebe. Und ich habe sie letztens für ein Video wieder benutzt und ich habe mich wieder verliebt. Deswegen habe ich sie jetzt halt wieder mal öfter benutzt. Es ist noch genug drin, also ich kann sie noch locker lange benutzen, weil ich habe sie ja jetzt fast ein Jahr. Ich habe sie schon ein Jahr, klar. Ich war im Dezember in Paris und jetzt ist schon wieder Dezember. Also ein Jahr habe ich sie und es ist Zeit, dass ich sie mal so langsam aufbrauche und hoffe, dass ich sie dann irgendwann wieder irgendwo kaufen kann. Dann möchte ich euch ein Rosenwasser zeigen. Ich meine, das hat ja, glaube ich, so ziemlich seine heftige Runde gemacht. Die liebe Ebro hat das ja gezeigt. Ich pflege mein Gesicht ja auch schon seit etwa einem Jahr mit Rosenwasser. Nur mein Rosenwasser war nicht pures Rosenwasser. Es war noch versetzt mit anderen Dingen. Deswegen habe ich jetzt seit einem Monat etwa dieses Rosenz-Gesichtswasser. Und ich verspreche euch, bald bringe ich meine Gesichtspflegeroutine auch online. Das ist alles ein bisschen kompliziert und da zeige ich euch, wie ich dieses Wasser benutze. Nars ist ja eine Make-up-Firma, die kennt, glaube ich, jetzt auch mittlerweile jeder. Das war auch so einer der ersten Firmen, bei denen ich mir halt Make-up gekauft habe. Also Schminke oder so, keine Ahnung. Ich hatte mir bei Nars damals meinen ersten Lipglas gekauft. Und dann gab es ja Nars nicht mehr in Deutschland. Ich habe mir dann über eine Online-Seite Sachen bei Nars bestellt. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich habe diese Pinsel, das sind nämlich diese zwei hier, bei Nordstrom bestellt. Das darf ich allerdings nicht nochmal abstellen, weil die Versandkosten so ziemlich teuer waren. Aber ich wollte unbedingt diese Pinsel haben. Die waren eigentlich fast immer ausverkauft. Vor allem diese Eiter-Brush. Das ist ja dieser Konturpinsel. Den liebe ich extrem, weil die Kontur damit halt extrem sauber ist. Keine Ahnung. Ich arbeite damit super gerne. Und dann dieser Aishiko-Brush oder Yishiko-Brush. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Aber das ist so ein Allround-Brush. Keine Ahnung. Also ich gebe mir damit zum Beispiel meinen Bronzer auf, dann meinen Blush, mein Highlight. Ich kann damit setten. Ich kann damit alles machen. Ich mag es ja kompakt. Deswegen ist das auch mein November-Favorit gewesen. Eine Freundin von mir, die liebe Bedevan, die hat auch mal in einem Video von mir mitgewirkt. Sie hat mir mal gesagt, ganz am Anfang, da hatte ich noch, Gott weiß nicht, 50 Abonnenten oder so. Und sie meinte zu mir, verfall nicht in diese Sucht, Schminke zu kaufen. Ich halte mich wirklich in Grenzen. Ich kaufe mir auch nur die Sachen, die ich haben möchte und die ich brauche. Und Sachen, wo ich weiß, dass ich damit wirklich arbeiten werde. Und ich habe mir eine Palette gekauft. Das ist nämlich die Lorac Palette. Die Lorac Pro Palette. Ich habe mir lange überlegt, ob ich sie mir kaufe, weil ich habe ja auch die ganzen Naked Paletten und so. Aber ich bereue es kein Stück. Ich benutze sie fast jeden Tag. Die Farben sind einfach nur hammermäßig. Abgesehen von der Farbauswahl sind die Lidschatten extrem gut pigmentiert und die sind extrem weich. Also die sind teilweise schon ein bisschen krümelig, aber ich mag das ja. Ich mag es, wenn ich den Pinsel in die Farbe gebe und dann hat mein Pinsel Farbe drauf. Weißt du, das ist so, das ist etwas, was ich halt sehr mag. Deswegen liebe ich die Palette. Und ich habe von meiner Schwiegermutter zu meinem Geburtstag die Lorac zwei Palette geschenkt bekommen. Nur jetzt habe ich in alle Farben reingedatcht. Ich meine, das ist pure Schönheit für mich persönlich. Das ist für mich, ich gucke es mir so oft an. Einfach nur angucken, weil ich mir denke, mein Gott, sind das tolle Farben. Und ich benutze dieses Augenmake-up, was ich jetzt trage, habe ich zum Beispiel mit dieser Palette geschminkt. Und ich habe dafür Nectar, Navy und Silver genommen. Wenn ihr ein Make-up-Tutorial zu diesem Look wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich schminke das sehr gerne für euch. Ja, das sind auf jeden Fall nicht nur November-Favoriten. Das sind meine Lebens-Favoriten, kann man so schon sagen. Kommen wir mal weg von diesem ganzen Beauty-Gedöns. Ich weiß ja, dass einige von euch da sind, die nicht immer so viel mit Schminke zu tun haben. Ich hatte im November einen anderen Favoriten, nämlich ein Buch. Ihr werdet jetzt lachen. Ich habe dieses Buch noch nicht angefangen zu lesen, aber es ist ein sehr gutes Buch. Ich habe nämlich sehr viel darüber gelesen. Ich habe es auch schon länger, aber ich lese zurzeit noch seit gefühlt einem Jahr. Dostoyevsky, der Idiot. Es ist ein sehr, sehr nerviges Buch, finde ich. Viele lieben es ja. Ich finde es ein bisschen langweilig. Deswegen brauche ich ein bisschen, um dieses Buch zu lesen. Und deswegen habe ich mir das hier bestellt. Das ist nämlich von Jens Korsen und Christiane Trammitz. Ich und die anderen. Es geht darum, als Selbstentwickler zu gelingenden Beziehungen, ich kann euch ein bisschen was vorlesen, wir verspüren Scheu gegenüber anderen und fühlen uns missverstanden. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass unsere Gefühle erwidert, unsere Erwartungen erfüllt werden. Bla 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 bla. Ich lese jetzt nicht alles vor. Es geht halt einfach darum, Beziehungen aufzubauen, die funktionieren. Es geht nicht nur um eine Partnerschaft, zum Beispiel Mann und Frau, sondern um Freundinnen, um allgemein, überhaupt alle Bekanntschaften. Und damit die halt besser funktionieren, wie ich eben schon vorgelesen habe. Es geht halt so um Missverständnisse. Wir fühlen uns missverstanden und Konkurrenzkampf und bla bla bla. Und wir müssen erst mal bei uns anfangen. Das ist so ein bisschen so ein psychologisches Buch. Ich liebe ja Psychologie deswegen das hier. Und ich freue mich, das bald endlich anfangen zu können. Mein letzter Monatsfavorit ist kein Buch, auch keine Schminke. Es ist ein Pullover. Und zwar in einem Zopfmuster, in so einem Himmelblau, Babyblau. Und es ist komplett aus Kaschmir. Das ist mein erster Kaschmir-Pullover. Kaschmir ist natürlich ein bisschen teurer, aber das ist so eine Investition, finde ich. Und ein Item, das man halt schon in seinem Schrank haben sollte, wenn man es pflegt. Dann hat man, denke ich, auch sehr lange was davon. Ich bin ja nicht so ein Wintertyp. Ich mag den Winter ja nicht. Deswegen weigere ich mich, auch Wintersachen zu kaufen. Deswegen bestellt mein Mann ab und zu Sachen für mich. Und das war jetzt ein Pulli von ihm. Ich habe mich direkt verliebt. Ich hatte so viel Geld nicht für den Pulli ausgegeben. Ich glaube, der kam jetzt 100 Euro. Ich kann euch das nochmal verlinken. Weil die sind gerade aktuell bei Zara. Aber ich liebe ihn. Und ich hatte den so oft an, dass mein Mann letztens meinte, hast du keine anderen Pullis mehr? Ich habe nicht so viele Pullis, das muss ich schon zugeben. Aber das ist zur Zeit mein Lieblingspullover und ich trage ihn sehr gerne. Der November war wieder ein Monat, der mir so Sachen gegeben hat, die ich wieder so sehr liebe. Mal gucken, was der Dezember so bringt. Weil ich habe mir wieder ein paar Sachen bestellt. Oh Gott, es wird sicherlich wieder ein Dezember-Favoriten-Video geben. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Jedenfalls, ich sage Tschüssi Kowski und bis zum nächsten Mal mit euch.